So, jetzt mache ich ein schönes DIG, wie man sieht. Wir machen mal Chanel, wo sieht das ungefähr aus? So, genau, so die anderen. Und das hier. So zusammen ist das so. Dann zeige ich Ihnen, wie ich das gemacht habe. Also hier hinten. Das zeige ich mal. So. Also das ist, der Deckel ist natürlich abgemacht worden. Und dann habe ich hier, in dem Fall die Blume. Dann habe ich diese hier. So. Und dann einfach da hinten. Also da dran gemacht. So, wie Sie jetzt gesehen. So, wie es so aussieht. Also das von vorne. Ups. Das ist jetzt ungefähr so. So. Gehen wir weiter zu dem hier. Und dann haben wir das selbe gemacht. Wie man sieht. Damit. Und dann sieht das so aus. Dasselbe geht auch hierfür. Dann haben wir das da hinten angenommen gemacht. So. Und. So. Ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank.